so hallo wir machen weiter beim super mario maker zwei neue level habe ich gesehen sind da und zwar einmal piping platforms volume 2 also das ist wohl die fortsetzung von dem hier und chosen hat wieder was gebaut ich gucke jetzt mal lieber noch nicht auf die schwierigkeit und wir spielen erstmal das level von alina contains stuff from volume one and new star also es ist eine adobe upload oder was okay wir gucken mal rein wir gucken rein ja das auf jeden fall new stuff aber vielleicht meint sie die elemente sind ähnlich das kann auch sein wir werden sehen wo bin ich gerade gestoßen ach ja bei dem sprung hier gott okay danke für die münzen oder hätte ich um ist verstanden ich hab's gerettet oder habe ich gerettet und dann mache ich quatsch ach ärgerlich so jetzt aber jetzt will ich auf jeden fall wieder bis da nach hinten kommen woanders jetzt zu sterben wäre doof und komplett unbegründet gott so ist es eigentlich gedacht und dann funktioniert es hier auch besser mit der röhre die geht hoch die geht hoch ich dachte die fällt runter die geht hoch das habe ich nicht wahrgenommen dann muss ich das anders machen oh das war knapp so die fällt jetzt oh und die fällt wieder für rufe mein kopf macht gerade schon wieder komische sachen mit mir ich dachte jetzt die fährt genauso hoch aber nein die fällt natürlich dann runter logisch da ist ja auch keine spur ich habe es nur nicht rechtzeitig registriert interessante stelle hat gerade mein kopf schon wieder komplett verwirrt gleich weiter und jetzt sehe ich die mannschaft verwirrt ich muss dann großen weiten sprung machen aber nicht zu weit alles klar was war das denn für ein spiel wir haben noch nicht mal den checkpoint erreicht plopp du 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 hopp und hopp so hopp ok und hoch und drüber und nicht runterfallen ok nice so keine ahnung was jetzt alles grobe gott ok checkpoint wahrscheinlich yes den hätte ich jetzt verfehlt hätte oh nein oh no oh no oh no ok das ist der stuff von 1 das ist so ähnlich ui darauf war ich nicht vorbereitet das ist nämlich ordentlich abbremsen dass das funktioniert ja john ok jetzt werfen wir ok gerstand nein 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 ich habe inmig das war der schwung und ich konnte nicht mehr es war nicht mehr zu retten es war einfach nicht mehr zu retten da war mit dem schwung alles vorbei Das wollte ich schon werfen. Das wäre zu bald gewesen. Gut, dass ich mich noch gezügelt habe. So, jetzt wieder der Schwung. Und zurück. Boah, die Plattform gibt einem einen Schwung mit. Da muss ich echt aufpassen. Ich sollte nicht sofort springen. Sonst kommt der Schwung und dann ist vorbei. Krass. Hüuuh. Ja. Das war nichts. So. Okay. So. Ich glaube, das ist insgesamt ein bisschen schwieriger als der erste Teil von dieser Level-Art. Also ich glaube, das hat sie doch ein bisschen herausfordernder diesmal gebaut. Ist aber cool. Dahin, dahin, darüber. Hätte ich ein bisschen warten müssen. Ein bisschen warten. Ein bisschen warten ist besser. Man lernt hier auch wieder Stück für Stück das Level. Einiges versteht man sofort und anderes versteht man, wenn man einmal an der Stelle gestorben ist, besser. Und meine Stimme ist irgendwie gerade so halb am Verschwinden. So. So. Zack. 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 Und jetzt kann ich da ein bisschen warten. Und dann haben wir es. Sehr schön. Noch eine Challenge? Nein. Wir fallen direkt in die Blume. Gut. Schönes Level. Jetzt gehe ich aber nicht mehr auf den Weltrekord. Der ist bei 1.08. Das ist utopisch. Da komme ich nicht hin. So. Fire Bar Fancy Fortress. Welche Schwierigkeit sind Chosen bei dem Level? Ja, das heißt, wir werden mal kurz reingucken Und dann feststellen, dass wir das nicht können Sehr gut Acht von zehn Du Wahnsinniger Ach du Scha... Ach du Sch... Ich habe überhaupt keine Zeit Wenn ich mich hierhin stelle, fällt es auf mich drauf, ne? Hm Oh no Oh no Oh no Okay, stopp Okay, stopp, ist nicht Ach du Schande Oh no So, jetzt hoch hier Und dann Per Spinchamp von der Pflanze wahrscheinlich rüber Oh no Oh no Puh Wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht? So habe ich das nicht gemacht Aber wie habe ich es gerade gemacht? Später gedreht oder was mache ich gerade falsch? Ich habe es doch vorhin... Hä? Ich habe es doch gerade hingekriegt Ah, so habe ich das gemacht Ja Und dann... Ach du Scheiße Ey, das ist ja richtig Kann ich da drüben bitte dann wenigstens kurz stehen? Ach du Schande Da drüben werde ich auch nicht safe sein Das war zu bald Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh mein Gott Das ist so knapp Wie er es geschrieben hat Ach komm Ich komme ja nicht mal da drüben runter Oh no 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 Ich glaube ich habe es vergessen Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ach, komm. Nein. Dass das als erstes kommt. Der Neustart hätte da direkt hingehört und nicht das kommentieren. Oh Gott. Ist das verrückt. Das ist richtig verrückt. Ich habe keine, ich habe nirgendwo Pause. Oh, riecht mich das auf. Ne, das ist nichts für meine Nerven jetzt. Ne, das ist nichts für meine Nerven jetzt. Sonst fliegt hier gleich der Controller. Und das wäre nicht so geil. Das wäre nicht so cool. Ey. Alter. Nein, viel zu bald. Viel zu bald. Viel zu bald. Wieso hat er sich jetzt nicht an die Ranke gehangen? Nein. Viel zu langsam. Ne, es ist... Schade, äh, komme ich nicht mal ansatzweise ran. An dem Level. Nein. 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 Ich sollte es lassen. Ich sollte es lassen. Ich sollte es lassen. Das ist nicht gut für mich. Nein. 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 Wir lassen das jetzt. Mh, mh. Ne. 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 Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Nope, 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 nope. So. Gucken wir mal wieder bei Neue rein. Amüsieren uns ein bisschen. I love you. Na, mal gucken, ob du uns wirklich liebst. Jasper oder Jasper oder wie auch immer. aber mein eigener fehler okay es ist das ist die stage was ist was ist das ist diese stage so diesmal behalten wir den quatsch dazu nein ich wollte ihn behalten das war nicht was ich wollte wobei das ist jetzt viel besser alles klar alles klar so sind wir wenigstens erste nein nein das wollte ich nicht das wollte ich nicht so ein quatsch das wollte ich nicht ach geht doch weg das wollte ich nicht drücken werden wir jetzt gerade den in den erster weggenommen weiss bowser's castle story chapter 1 like it or comment if you want to make me a chapter 2 dann gucken wir doch mal ob tommy ein chapter 2 machen sollte sehr sinnvolle rote münzen auf jeden fall und ihr so das ist spannend also chapter 1 ist schon mal sehr spannend auf jeden fall das ist kreativität das ist das ist das sehe ich das richtig was ich da sehe oh mein wait können wir nein können wir nicht sehe ich was da kommt oh mein gott what das war das level Nun Ist es ein Bu-Wert? Bu ist jetzt wieder zu viel, oder? Aber ganz ehrlich Ach, ich gebe ihm einfach keinen Ton und die Sache hat sich Eigentlich müsste man auch wieder einen Kommentar schreiben, weil er schreibt sogar Like and comment if you want to make a chapter 2 Und nein Nein Aber er hat noch keine Kommentare Please, please don't Snowpeaks Journey Na, mal gucken Deutsch offensichtlich Emegie Oder so Ist das ein Emegle? Kann auch ein Emegles sein, keine Ahnung Ich kann es von nicht aus nicht erkennen Oh, in den Bäumen könnte ein Power-Up sein Aber ist jetzt erstmal egal Achso Dann gehen wir da wohl rein Äh, okay 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 Das war ein bisschen knapp Das war ein bisschen dumm Okay, kriege ich einen Power-Up Nice Nur Münzen Oh, da ist ein Leben drin Also ist nur der Pilz relevant Okay Aber im Endeffekt ist ein Pilz da Hm Und hier so? Ja gut, dann brauche ich den Pilz nicht So, das war natürlich genau das, worauf ich gehofft hatte Oh Mist Hä? Ich war doch auf Neustart Habe ich B gedrückt? Wahrscheinlich Achso Da kommt nur eine Katze raus Wenn ich eine Blume hab Äh, einen Pilz hab Ja gut Muss ich doch erst hoch Muss ich doch erst hier hin Wow, 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 wow Nicht da Nicht da Ey Super Wait, muss ich Ähm Hat er nicht so gebaut W-w-was? Oh Oh, und was tue ich denn? Ja, das ist ja komplett dumm. Okay. Wow. Night? Oh. Das ist mein Ernst? Dass ich das Level jetzt nicht schaffe? Man müsste die Katze bis dahin behalten. Dafür bin ich zu unfähig. Und zu ungeduldig eher. Das ist das Problem. Nicht die Unfähigkeit, die Ungeduld. Dann kann ich den hier machen. Und dann ist nämlich... Haha! Problem gelöst. So. Lass mich da rein. Oh nice. Checkpoint. Wow 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 whoa wow wow. Ja, geil. Na, schade. Nix zu machen. Keine neue Katze. Aber eine Münze, die brauche ich auch nicht. So, tschüss. Ich hoffe, da ist zumindest ein Power-Up drin. Oh Gott. Ich weiß nicht, schaffe ich das? Lieber nicht. Oh Gott. Ach, scheiße. Da war ich jetzt wieder doof. Aber richtig. Da war ich jetzt wieder richtig doof. Hallo? Aber jetzt habe ich überhaupt keinen... Oh no. Ja, das ist jetzt schlecht. Weil jetzt geht das Auto vorher kaputt und dann komme ich nicht über die Stahl... Ja, geil. Wie soll jetzt da rüberkommen? Oh, da oben ist ein Alternativweg. Okay. Dann geben wir den Alternativweg. Alter. Holy moly. Okay. Jetzt komme ich oben raus. Ja, dachte ich mir. Ich bekomme einfach das Leben nicht, was mir eh völlig egal ist. Nice. Das habe ich gehofft, dass das funktioniert. Oh nein. Oh no. Oh no. Alter. Es sind so kritische Stellenteile. Weiße. Okay. Oh nein. Weiter, weiter, weiter. Nein. Scheiße. Okay. Ähm. Das war nicht, was ich wollte. Hallo? Ja. 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 So. Nice. Nicht so nice. Wie muss ich da springen, dass das funktioniert? Oh Gott, oh Gott. Wie muss ich da springen, dass das funktioniert? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wow, wow. Ja, ich muss aber halt... Oh. Ich kann da nicht vernünftig bremsen. Wenn ich so langsam rüberspringe, reicht es wieder nicht. Wenn ich so springe... Ja, dann... Oh, ist das... Dumm. Ich muss durch den anderen Weg jetzt durch, oder? Ich glaube, das geht nur mit Power-Up. Oh Gott. Ja, aber da kann ich dann ja einfach rüber. Okay. Warum meine ich auch das Auto nicht? So viel dazu. Ach, komm, Conan, was machst du denn? Nein. Ach komm, jetzt gehe ich so weiter. So, ob ich jetzt noch mal sterbe, kriege ich den Power-Up? Danke für nix. So. Jetzt kriege ich den Power-Up. Nein, es reicht nicht. Aber das ist doch kacke. Das ist doch richtig kacke. War wieder jetzt den Sprung ohne Power-Up hinkriegen. Ich muss den vorher antriggern. Ach, der fällt nicht mal runter. Ach. Wait. Ist hier ein Power-Up noch drin? Nein. Danke für nix. Also ich muss den Pilz auf jeden Fall behalten, irgendwie. Habe ich euch das denn vorhin gemacht? So nicht. So habe ich es nicht gemacht. Ah, schon kritisch, das Level, ne? Es ist jetzt nicht hundertprozentig schlecht designt, aber es hat schon so seine furchtbaren Stellen. Aber wie bin ich da vorhin hingekommen? Ich habe es noch geschafft. War das so ein Sprung? Wow. Oh, das würde funktionieren. Okay. Das würde funktionieren. Interessant. Probieren wir das aus. Probieren wir das mal aus. Nein! Nein! Das war's für heute. So machen wir das. Jetzt hab ich's raus. Nice. Und jetzt haben wir hierfür einen Hit auf jeden Fall. Oh nein, was bitte? Yes. Geht das schon? Nein, es geht noch nicht. Ach du Scheiße. Okay, der muss rein da. Yes. Nein. Nein. Weck mich. Alter, dieses Ende. Alter, diese Rakete gerade, ne? Boah. Aber immerhin haben wir den. Immerhin haben wir den. Er hat schon fiese Stellen, aber eigentlich nichts Gemeines. Es ist halt nur schwierig, ne? Ei, 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 ei. Das baut der noch so. Oder die. Troll Level. In das Land der Dunkelheit. Ja, okay. Scheint alles recht schwieriges Zeug zu sein. Gut, wie auch immer. Uiuiuiui. Das mit dem Eis war krass. Nun. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Ich bedanke mich. Das mit dem Eis ist, bis zum ersten Mal. Sünder. Sie� ... zu kommen. Because your das vor bastard multählt.